Heute stellen wir Ihnen den Aktenvernichter A18L CD näher vor. Mit diesem Aktenvernichter können Sie schnell und einfach DVDs, CDs, Kreditkarten und Papier zerkleinern. Dabei bietet der Papier-Auffangbehälter ein Volumen von 18 Liter und der CD-Auffangbehälter ein Volumen von 1 Liter. Des Weiteren verfügt der Aktenvernichter auch über eine Reihe von Schutzfunktionen. Diese beinhalten zum Beispiel einen Überhitzungs- und Überlastungsschutz und einer Sicherheitsabschaltung bei Entnahme des Auffangbehälters. Über das Sichtfenster behalten Sie immer die Übersicht über den aktuellen Füllstand. Überzeugen Sie sich selbst von dem Aktenvernichter A18L CD. Ihr Team von Pollenelektronik. Und die können Sie nicht schon von den Osten 44. So weit fans sind aus, hierher die Sechelf чистet ihr in meinem Tampabauchten Kreditkarten Lumoire Die Natur rauskrank Pr布. Und wieder too. Vielen Dank.